Powerline im Mesh oder doch eher Repeater? Jetzt bei FRAG FRITZ! Der Jan hat gefragt, welche Möglichkeiten es gibt, einen Fritz Mesh mit Powerline zu erweitern. Und wann man Powerline nutzt und wann vielleicht doch eher im Repeater. Und Jan, gucken wir uns gerne an. Passt ja auch wunderbar in unseren Summer of Mesh. Ganz kurz zur Ausgangssituation. Ich habe hier eine Fritzbox 7590 als Mesh Master eingerichtet. Da ist auch schon eine 7530 als Mesh Repeater dran und auch ein Fritz Repeater 2400. Jetzt habe ich hier noch ein Powerline Set. Wann macht Powerline überhaupt Sinn? Wenn ihr zum Beispiel sehr dicke Wände habt oder Geschossdecken aus Stahlbeton, wo WLAN einfach schlecht durchkommt, da ist so ein Repeater natürlich immer so ein bisschen im Nachteil, weil egal ob ihr den über oder unter der Geschossdecke platziert, das WLAN kommt dann nicht so gut durch. Ihr könnt das verbessern, aber Stahlbetondecke ist Stahlbetondecke. Powerline nutzt die Stromleitung und super, die Stromleitung geht durch den Stahlbeton einfach durch. Ist dem Stromkabel völlig egal. Da kann Powerline eine super Alternative sein. Ich habe hier das 1260er Set. Das heißt, ich habe einmal den 1220er. Der wird gleich in der Nähe der Fritzbox gesteckt und der 1260er mit einem WLAN-Exos Point drin, dass ich das WLAN dahin bringen kann, wo ich es haben möchte. Ich verbinde erstmal den 1220er. Der wird einfach per Netzwerkkabel mit der Fritzbox oder auch einem anderen Gerät im Heimnetz verbunden. Also da, wo ihr den einsetzen wollt. Ich könnte den jetzt also per Netzwerkkabel in der 7530 am Repeater stecken. Ich stecke ihn aber an der Fritzbox und zack, rein in die Steckdose. Kann er schon mal starten. Der 1260er über die Stromleitung wird natürlich nachher irgendwo anders im Heimnetz platziert, aber für die Einrichtung als Tipp auch erstmal in die Nähe stecken, dass man das schön einrichten kann. Und dann könnt ihr nachher in aller Ruhe gucken, wo ihr den platzieren wollt, dass ihr auch eine gute Verbindung habt. Jetzt haben wir schon mal die Geräte gesteckt. Da das ein Set ist, ist es auch schon von vornherein miteinander verbunden. Solltet ihr die Powerliner schon mal irgendwo in einem Satz gehabt haben, einfach als Tipp, setzt nochmal die Werkseinstellungen zurück. Also einfach hier entsprechend Connect für 15 Sekunden gedrückt halten, dass die Dinger wirklich frisch sind und ihr sie neu einrichten könnt. Und da sehen wir auch in der Oberfläche, da ist der Fritz Powerline 1220 und 1260 schon vorhanden. Die sind mit der Fritzbox verbunden. Richtig schön ist das hier noch nicht, weil die korrekte Anzeige kommt ja erst mit unserem Fritz Mesh. Und das richten wir jetzt auch mal ein und ihr wisst, wie das geht. Ich will jetzt in dem Fall den 1260er als WLAN-Gerät ja mit meiner Fritzbox vermeschen. Also drücke ich einfach hier einmal an der Fritzbox Connect und dann an dem Fritz Powerline 1260. Einmal kurz Connect und dann haben wir hier schon eine Mesh-Verbindung. Da sehen wir, der 1260er ist jetzt im Mesh drin, übernimmt alle WLAN-Einstellungen. Super Sache. Der 1220er ist nicht vermescht. Muss er streng genommen auch nicht sein, weil da leitet das Signal ja einfach nur weiter. Aber damit es schön ist, machen wir das auch nochmal. Also das gleiche Spiel. Einmal in der Fritzbox. Einmal am 1220er in dem Fall. Und da sehen wir jetzt auch in der Oberfläche, da sehen wir, jawoll, jetzt hat auch der 1220er das Mesh-Symbol. Jetzt sind also beide Powerline-Adapter voll vermescht, voll in unserem Heimnetz drin. Wir sehen auch die Geschwindigkeit zwischen den beiden Adaptern. Die sieht jetzt gerade nicht so berauschend aus, obwohl die ja wirklich nebeneinander stecken. Das liegt daran, dass wir einen Standby-Modus haben. Das heißt, wenn die Verbindung an sich, die Powerline-Verbindung gar nicht genutzt wird, dann wird die gedrosselt und irgendwann auch ganz abgeschaltet. Denn wenn sie gerade nicht benötigt wird, muss sie auch nicht aktiv sein, verbraucht nur nötig Strom. Das heißt, um hier realistische Geschwindigkeiten zu sehen, muss auch wirklich ein Gerät in dem Fall am 1260er dranhängen, dass da wirklich Daten fließen und die Powerline-Verbindung auch wieder hochgefahren wird. Jetzt haben wir die Verbindung eingerichtet. Das heißt, jetzt könntet ihr so hergehen und den 1260er irgendwo in eurem Heimnetz dort stecken, wo ihr ihn nutzen wollt. Nochmal checken, ob das mit der Verbindungsgeschwindigkeit passt. Und dann habt ihr über die Stromleitung das WLAN dahin gebracht, wo ihr es haben wollt. Auch durch eine ganz dicke Geschossdecke zum Beispiel durch. Nun kann es aber sein, dass ihr vielleicht Powerline dann doch irgendwann nicht mehr nutzen wollt oder eine andere Option haben wollt. Und das geht mit dem 1260er auch. Denn der ist momentan über die Stromleitung Powerline mit dem 1220er verbunden, über Ladenkabel mit der Box. Aber ihr könnt ihn auch per Ladenkabel direkt mit einem zum Beispiel einem Repeater verbinden oder auch per WLAN. Und das zeige ich euch auch mal. Das geht super einfach, denn wir sehen ja hier schon eine Oberfläche, der ist jetzt verlinkt. Ich kann da direkt auf die Oberfläche darauf zugreifen. Erste Mesh, also mit dem gleichen Kennwort, das ich auch für meine Fritzbox verwende. Und wir sehen dann hier direkt bei Heimnetz Zugang, der ist momentan als Powerline Brücke eingerichtet. Also über die Stromleitung mit dem 1220er verbunden. Ich kann aber sagen bei Heimnetz Zugang, ich möchte das ändern. Da gehe ich hier runter, da sehe ich es nochmal. Powerline Brücke, jawohl. Ich will die Zugangsart ändern und kann jetzt auswählen, dass ich zum Beispiel eine WLAN Brücke einrichten will. Das heißt, bei einer WLAN Brücke wird der direkt per WLAN zum Beispiel an dem Repeater angemeldet. Oder an der Box oder an der Box, was halt gerade am nächsten ist. Und dann funktioniert der quasi wie ein Repeater, obwohl es ja ein Powerliner ist. Wir können auch die LAN Brücke einrichten, genau wie auch beim Fritz Repeater, der einen LAN Anschluss hat. Das heißt, wir würden ihn jetzt in dem Falle direkt per Netzwerkkabel wieder mit dem Repeater zum Beispiel verbinden, mit dieser Box oder mit dieser Box und hätten einen zusätzlichen WLAN Zugangspunkt im Heimnetz. Das heißt, gerade der Fritz Powerline 1260 könnt ihr natürlich über die Stromleitung nutzen, um besonders dicke Wände zu durchdringen. Aber wenn ihr das gar nicht mehr benötigt, könnt ihr ihn auch per WLAN oder LAN direkt ins Netzwerk einbinden. Jan, ich hoffe, deine Fragen rund um das Thema Powerline sind damit geklärt. Wenn ihr noch Fragen habt, wie immer, ab in die Kommentare. Wir werden sie lesen und vielleicht schon beim nächsten Fragen Fritz beantworten. Damit ihr den nicht verpasst, Abo reinhauen, Glocke reinhauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und Tschüss. Bis dahin und Tschüss. Bis dahin und Tschüss.